Oh oh, meine lieben Freunde, oh oh, der Real-Boss Perez hat schon wieder ausgeteilt gegen Mbappé, also das scheint wohl keine große Freundschaft mehr zu werden. Und er hat letztens ja bereits schon gesagt, das hat er bestimmt mitbekommen, hat er folgendes gesagt, es war sein Traum für Real Madrid zu spielen, das hat er immer wieder betont. Wir haben versucht, ihn bereits im vergangenen Sommer zu verpflichten, allerdings wollte PSG ihn damals nicht ziehen lassen. Sie haben politischen und wirtschaftlichen Druck auf ihn ausgeübt. Der französische Präsident hat bei ihm angerufen, PSG hat ihm ein Mitspracherecht bei den Transfers angeboten und schon war er ein anderer Fußballer. Wir haben uns gesagt, das ist gar nicht mehr der Mbappé, den wir gerne holen würden, das ist ein anderer Mbappé. Wir wollten den Mbappé, der von Real geträumt hat. Okay, das hatte er bereits gesagt, habt ihr vielleicht schon mitbekommen. Jetzt gibt es schon wieder etwas Neues in dieser ganzen Geschichte. Und zwar gibt es ein TikTok-Video, das jetzt aufgetaucht ist, wo Perez mit einem Fan redet. Und der hat gesagt, ey, Florentino, bitte hol uns nicht mehr Mbappé. Und er hat gesagt, folgendes, armer Mbappé, es wird ihm schon leid tun. Wow, liebe Freunde, es wird Mbappé noch leid tun, dass er nicht gewechselt ist. Das wird die Zukunft zeigen, das kann man natürlich nie wissen. Wenn jetzt PSG nächstes Jahr irgendwie die Champions League holen sollte, dann wäre er der glorreiche Gewinner. Wenn nicht und Real Madrid zum Beispiel nochmal die Champions League holt, dann wird man immer sagen, ja, Mbappé, siehst du, wärst du dorthin gewechselt? Also, wir werden sehen, was passiert. Aber man muss sagen, PSG hat mit so viel Geld gewedelt, dass Mbappé sich dann umentschieden hat. Vielleicht war das sein Plan, das werden wir niemals erfahren. Aber ich glaube, und ich fände es auch irgendwie ganz schön, wenn man konsequent wäre und nicht irgendwie in zwei, drei Jahren dann Mbappé doch holt oder so. Ich fände es irgendwie ganz cool, wenn man so ein Zeichen setzt und sagt, ey, diese Aktion, die verzeihen wir eben nicht. Wir holen ihn nicht mehr. Fände ich eigentlich auch ganz cool anstelle von Real Madrid, weil ansonsten, man hat sich hier schon vor dem Spieler schon vorführen lassen. Und da sollte man auch jetzt nicht in zwei Jahren wieder einfach ihn wiederholen für viel Geld. Wäre so meine persönliche Meinung. Was seid ihr? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns später wieder und denkt daran, haltet den Ball richtig flach.